Ein Text lesen heute Morgen, der wahrscheinlich vielen, die schon mit Jesus eine Zeit lang gehen, bekannt ist. Und zwar aus Johannes, ich lese einen Teil aus Johannes Kapitel 2, und zwar Vers 14 bis 17 oder 13 bis 17. Da steht, und das Passa der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem, und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geisel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach, er schafft das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und dann lese ich weiter in Matthäus 21, die Verse 13 bis 16. Da steht geschrieben, und er spricht zu ihnen, so wie in Johannes, was vorangegangen war, und dann heißt es, und er spricht zu ihnen. Es steht geschrieben, mein Haus wird ein Haus des Gebets genannt werden, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und es traten Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna, dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet, bis dahin. Das ist eine sehr interessante und vielleicht aufschreckende, aber hoffentlich eher eine aufweckende Begebenheit, die uns hier berichtet wird. Ich kann mich noch daran erinnern, an meine Kindheit, immer wenn ich das lese, da gab es mal eine Kinderbibel, ich weiß nicht, wem die war, aber ich habe das mal gesehen und das hat sich so eingeprägt. Weil ich als Kind immer von der Kinderstunde her so ein verklärtes Bild von Jesus hatte, der liebe Jesus, der dich nur liebt. Und dann sah ich in so einer Kinderbibel einen wütenden Jesus, ein Bild, nämlich einen Jesus mit einer Geisel, wie das hier beschrieben wird. Er machte sich eine Geisel aus Stricken, heißt es hier und dann hat er nach dem Eifer seines Herzens gehandelt. Wir wollen heute Morgen das Herz Jesu betrachten. Der Eifer um sein Haus, um dein Haus wird mich verzehren oder hat mich verzehrt, so sagt es der Psalmist. Jesus hätte das ja auch anders tun können. Er hätte ihnen ja ganz lieb erklären können, Leute, was ihr hier macht. Ist falsch, ich erkläre es euch mal. Seid abgedriftet von dem Weg. Ich will euch mal zeigen, was meinem Vater gefällt. Aber ganz anders, er kommt, er sieht das und er ist nicht zum ersten Mal im Tempel gewesen zu diesem Zeitpunkt. Johannes stellt das in seinem Evangeliumsbericht an den Anfang, ganz bewusst, weil er sein Evangelium anders aufbauen will. Aber tatsächlich war das kurz bevor seinem Tod. In Matthäus wird es ja in Kapitel 21 uns gesagt, als er nämlich nach Jerusalem hineinkam. Aber er war vorher schon im Tempel, viele Mal im Tempel. Und ihm war das bewusst und er sah das Treiben, das dort stattfand. Und der Tempel ist das Haus Gottes. Der Tempel ist der Ort von Alters her gewesen, fing an mit der Stiftshütte und Gott tut sein Herz kund und sagt, warum er die Stiftshütte will, warum er den Tempel will, weil ich will, sagt Gott, unter meinem Volk wohnen. Ich will unter ihnen wohnen. Ich will bei ihnen sein, mit ihnen Gemeinschaft haben. Und die Opfer, die dort gebracht wurden, waren nur die Grundlage für die Gemeinschaft. Nichts anderes. Und Jesus sieht das und er kann nicht an sich halten. Es ist unerträglich für ihn, was er hier erlebt. Weil es nicht um Gott ging, nicht um seinen Vater geht. Er sagt, das ist das Haus meines Vaters. Und was macht ihr mit dem Haus meines Vaters? Macht sich eine Geisel? Es wird nicht gesagt, dass er irgendjemand geschlagen hat. Aber als Drohmittel. Und er treibt alle hinaus aus dem Tempel. Die Rinder, die Schafe, die Taubenverkäufe, er treibt sie alle raus. Es war der Vorhof des Tempels. Und es war eigentlich ganz praktisch, was da geschah. Gerade zum Passafest wurden sehr, sehr viele Tiere geopfert. Und es war doch praktisch, wenn dann die Leute kamen, gerade die von weit her kamen. Und dann konnten sie sich dort im Vorhof des Tempels das entsprechende Opfertier kaufen, das sie opfern wollten. Mussten das nicht von weit her dorthin transportieren. Und haben dann so ihre Pflicht erfüllt. Und gleichzeitig waren da die Geldwechsler, weil die Tempelsteuer musste in dem jüdischen Geld bezahlt werden. Und dann haben sie ihr Geld gewechselt. War doch praktisch, war alles da. Wie im Kaufhaus, so sagt es Jesus. Wie im Kaufhaus, du kriegst alles. Ich will das mal übertragen auf unsere Zeit. Gemeinde, wie im Kaufhaus, sagt dir das was. Komm nur in die Gemeinde, da ist alles da, was du brauchst, Mensch. Wir bereiten dir alles, alles auf dich konzentriert. Dass du es nicht schwer hast, dass du es ganz einfach hast. Du kannst alles bekommen, was du brauchst. Der Gedanke war ja nur auf Menschen zentriert. War ja ganz hilfreich für jeden Einzelnen. Aber Jesus macht hier deutlich, darum soll es niemals gehen. Es ist für ihn unerträglich, wenn diese Ichhaftigkeit des menschlichen Wesens in seinem Haus sich breitmacht. Auf Menschen bezogen. Und Jesus sagt, das ist meines Vaters Haus. Das ist nicht euer Haus. Das ist das Haus meines Vaters. Und ihr macht es zu einem Kaufhaus. Angebot über Angebot. Kennst du das? Schau dir mal Homepages von Gemeinden an. Hier kannst du dich entwickeln. Hier kannst du deine Gabe entdecken. Und dein Talent entdecken. Und wir helfen dir, dein Talent zu entwickeln. Wir tun das und wir tun jenes. Wir werben um Menschen, dass sie sich wohlfühlen. Dass ihr euch wohlfühlt. Aber im Haus Gottes soll sich einer zuerst wohlfühlen. Und das ist Gott. Und Jesus ist das offensichtlich nicht egal. Jesus hat da offensichtlich nicht ganz viel Geduld und sagt, ach ja, lass mal. Sie meinen es ja im Grunde genommen gut. Hauptsache sie kommen ins Haus Gottes. Hauptsache sie kriegen irgendwas mit. Ist ja nicht so schlimm. Ich finde es wirklich aufschreckend und aufweckend, wie Jesus hier handelt. Er duldet es nicht. Und ich finde es schon krass, dass er da hingeht und nicht nur sagt, ihr Geldwechsler, geht mal raus. Sondern er geht hin, nimmt die Kasse und schmeißt sie über den Tisch. Das ganze Geld weg ist. Kannst du dir vorstellen, was da im Herzen Jesu vor sich geht? Und er sagt, raus hier, ihr Taubenverkäufer. Weg hier. Das ist das Haus meines Vaters. Und die Jünger erinnern sich dran später und sagen, der Eifer um sein Haus hat ihn verzehrt. Jesus wusste, was das bedeutet, was er da macht. Er wusste ganz genau, was das bedeutet. Und die Bibel sagt es schon voraus. Lest mal weiter im Johannes-Evangelium. Dann treten die Pharisäer heran und sagen, was berechtigt dich, sowas zu tun? Und er sagt, dann reißt dieses Haus ab und ich baue es in drei Tagen wieder auf. Und sie verstehen das nicht. Er sprach aber von dem Leib, von seinem Leib als Tempel Gottes. Und spricht schon von seiner Kreuzigung. Und genau das werfen sie ihm vor, als sie ihn dann kreuzigen. Sie sagen, du hast gesagt, du wirst den Tempel abreißen. Du hast Gott gelästert. Was du im Tempel gemacht hast, war Gotteslästerung. Jesus ist bereit, sich verzehren zu lassen, zu sterben, für was damit in seinem Haus das geschieht, was dem Vater gefällt. Halleluja. Dafür ist Jesus gestorben. Es ist nicht so eine billige Erlösung, dass du ein Ticket für den Himmel hast und dir es gut geht und Jesus macht alles schön für dich. Nein, Gott will dich für sich haben. Er will, dass du seinen Namen verherrlichst. Er will in der Mitte deines Lebens, denn wir sind selber, du und ich, jede Person, die Jesus erkauft hat, ist sein Tempel. Dein Leib ist sein Tempel. Was du mit deinem Leib machst, ist Jesus nicht egal. Es ist sein Körper, mein Körper ist sein Körper. Ich bete das immer wieder und sage, Herr, mein Arm tut weh, das ist doch dein Arm. Merkst du es, wie er weh tut? Mach ihn heil. Und dieser Arm hier, Heike, wo bist du? Da. Dieser Arm hier, der hat mich so gequält, eine Woche lang. Diese Schulter, die andere, viel schlimmer als alles je zuvor, wie ich es schon irgendwann mal hatte. Und gestern habe ich zu meiner Frau gesagt, ich halte es nicht mehr aus vor Schmerzen. Ich habe Ibuprofen genommen und Ibuprofen wieder. Und heute Nacht, diesen Abend habe ich mich ins Bett gelegt, konnte nicht schlafen. Ich habe angefangen zu beten, weil da einige Anliegen waren, aber nicht für meine Schulter. Und wisst ihr was, nach ein, zwei Stunden, heute Morgen in den frühen Morgenstunden bin ich wieder wach geworden, dachte, meine Schulter tut nicht mehr weh. Und ich habe wieder gebetet und es ist völlig weg, aber ich habe gar nicht dafür gebetet. Dieser Tempel, dein Körper, dein Leben gehört Gott. Jesus hat dafür bezahlt mit seinem Blut. Jesus ruft dir zu und lässt dir sagen, du gehörst ihm, du gehörst mir, sagt Jesus. Du gehörst nicht dir selber. Das steht im Wort Gottes geschrieben. Und wir können und sollen und es ist viel besser für uns, wenn wir nicht tun, was wir wollen, sondern was Jesus will. Und Jesus wirft sie hier raus, weil er sagt, das ist mein Haus. Er ist bereit, das ist sein Herz, wenn er auf Gemeinde blickt. Und ich frage mich, wenn er heute auf Gemeinden blickt oder auf dein Leben blickt, auf mein Leben blickt, auf uns blickt, was findet er unerträglich. Er zeigt uns hier in dieser Begebenheit, in den Aussagen, die er macht, sehr deutlich und klar, was ihm gefällt. Er macht hier, hier werden einige Zitate gemacht aus dem Alten Testament, nämlich als erstes der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt oder wird mich verzehren. Der Eifer um das Haus Gottes, damit Gott unter den Menschen wohnt, damit Gott mit dir Gemeinschaft hat, hat Jesus ans Kreuz gebracht. Deshalb ist er gestorben. Punkt, einfach, einfach so ist das, weil Gott mit uns Gemeinschaft haben will. Und das ist gar nicht kompliziert. Hier zeigt uns Jesus so ganz simpel, so ganz einfältig, wie einfach es ist, mit Gott zu leben und wie simpel es bleiben muss. Aber uns Menschen gefällt das nicht. Ich habe das neulich schon mal erwähnt, aber hier passt es noch viel besser rein. Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 11, Vers 3, Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben oder verseucht werden und abgewandt werden von der Einfalt, von der Einfachheit Christus gegenüber. Christ sein ist nicht kompliziert. Christ sein ist ganz simpel und einfach. Aber Christen machen es bewusst kompliziert und dem Teufel gefällt das, wenn es richtig kompliziert wird, weil dann können wir, haben wir so viele Auswege. Das ist schon im deutschen Steuergesetz so, das ist so alles kompliziert, immer noch was und dann gibt es dann so viele Auswege. Manche sagen, das ist bewusst so gemacht. Je einfacher es ist, desto klarer sind die Dinge. Und so ist Jesus. Er zeigt uns hier ganz klar und einfach, um was es geht. Nämlich Eifer und Leidenschaft für Gott, das ist das Erste. Das lebt er selber. Ganz klar. Vollen Eifer, volle Leidenschaft. Und Jesus möchte dich und mich anstecken mit seinem Herzen der Leidenschaft für seine Gemeinde, dass das da geschieht, was Gott gefällt. Und er möchte als zweites, das wird hier gesagt, wieder ein Zitat. Jesus sagt, mein Haus soll ein Haus des Gebets genannt werden. Wieder ein Zitat aus dem Propheten Jesaja. Ein Zitat. Mein Haus soll ein Haus des Gebets genannt werden. Es wird so genannt werden. Gemeinde hat nur Berechtigung, Gemeinde genannt zu werden, wenn sie Haus des Gebets ist. Das schließe ich daraus. Aber was läuft ab in der Gemeinde? Um was geht es in der Gemeinde? Mein Haus soll ein Haus des Gebets genannt werden. Und in Jesaja steht da noch dabei, für alle Völker. Für alle Völker. Ach, wenn wir nur beten, wenn wir nur Jesus ins Zentrum stellen, wenn da zu viel Jesus ist, wenn das zu sehr im Zentrum steht, im Fokus steht, das streckt doch andere ab, die das nicht kennen. Und wir müssen doch ganz behutsam an sie rangehen. Was für ein Unsinn. Die Einfalt Jesu Christi gegenüber. Lest mal ersten Könige nach, Kapitel 8, als Salomo betet und sagt, in diesem Haus, das ist die Einweihung des Tempels, wenn er betet. Und er sagt, in diesem Haus, wenn da die Fremden kommen, die nicht zu Israel gehören, und sie werden kommen, sagt Salomo, weil sie hören werden, dass in diesem Haus ein Gott ist, der Gebet erhört. Halleluja. Das zieht, das ist der Schlüssel, wenn ich, jetzt gebrauche ich diesen Begriff, aber das ist das, was Gott hat für Erweckung. Jesus zeigt sich dort, wo er ins Zentrum gestellt wird. Ich habe letzten Sonntag darüber gepredigt. Wo Jesus ist, wird es Licht. Wo er sich zeigt, wird es Licht. Erkennen die, die ihn nicht kennen, die in Finsternis sind, sie erkennen das Heil. Und das Heil, sagt Gott, das hat Gott seinem Sohn, seinem Knecht, Gottes Knecht versprochen. Du sollst mein Heil, auf das du mein Heil seist, bis ans Ende der Erde. Halleluja. Die vielen werden errettet werden. Ich glaube zutiefst an Erweckung. Und damit meine ich eine große Anzahl, eine riesige Anzahl von Menschen, die errettet werden. Und das steht hier, auch in diesem Zusammenhang. Mein Haus soll ein Haus des Gebets genannt werden, für alle Völker, weil sie werden kommen. Halleluja. Und ich werde noch viel mehr, heißt es am Ende des 56. Kapitels des Jesaja, und ich werde zu denen, die gekommen sind, noch viel mehr dazu sammeln. Er macht es, Gott nämlich, er sagt es. Ich werde dazu sammeln. Wenn nämlich das geschieht, im Haus Gottes, in der Gemeinde, was Gott gefällt. Und das ist Gebet. Ganz simpel. Es ist Gebet. Keine Unterhaltungsshow. Nicht Konzerte. Kaffee, Kaffee, Kuchen kann sein am Schluss, kein Problem. Das hindert nicht. Aber was ist das Zentrum? Deshalb versteht mich richtig. Was ist das Zentrum? Das Zentrum des Gottesdienstes, der Zusammenkünfte. Was ist das Zentrum? Und Jesus sagt hier, mein Haus soll ein Gebetshaus sein. In meinem Haus soll gebetet werden. Und was sagt die Bibel? Dieser Begriff Gebet hat ja ganz verschiedenartige Richtungen. Dazu gehört Lobpreis und Anbetung. Gebet hat immer, dieser Begriff bezieht sich, im Zentrum von Gebet steht Gott selber. Er will wohnen unter uns. Und wenn jemand bei dir wohnt, dann hast du Gemeinschaft mit ihm. Und das ist Gebet. Nämlich Gemeinschaft mit Jesus haben, mit Gott haben. Mit ihm reden. Auf ihn all und all die Erwartungen von ihm haben. Von niemand anderem. Gebet ist Anbetung und Lobpreis. Gebet ist Zwiesprache mit Gott. Gebet ist für Bitte, aber auch Gebet ist auch Bitte für mich selber, wenn ich in Not bin. Ich wende mich zu Gott. Ich habe Gemeinschaft. Ich rede mit ihm. Ich trete für andere ein, wie er es will. Gebet ist Flehen. Wenn wir in großer Not sind. Dass wir zu Gott flehen. Zu Gebet gehört auch eine Kultur des Fastens. Weil ich damit deutlich mache, Gebet ist ein Ausdruck meiner Demütigung vor Gott. Ich sage das immer wieder, wenn Menschen kommen oder wenn Gemeinde zusammenkommt, um zu beten, dann bringt sie etwas zum Ausdruck. Wir vertrauen nicht auf unsere Kraft. Wir vertrauen auf Gott. Und allein das ehrt. Das ehrt ihn schon. Du musst dann gar nicht selbst gebetet haben in der Gemeinschaft, aber du bist da. Und damit machst du etwas deutlich vor Gott und vor der unsichtbaren Welt. Mein Vertrauen ist nicht auf das Geschaffene, auf den Menschen oder auf irgendwas, was geschaffen ist, sondern mein Vertrauen gilt dem, der alles geschaffen hat, dem Gott, dem lebendigen Gott. Und das ehrt Gott. Und darum geht es. Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Und zwar für alle Völker. Das soll bekannt sein. Da wird gebetet. Da steht Jesus im Zentrum. Niemand anders. Und wenn Jesus im Zentrum steht, dann zeigt er sich auch. Und hier zeigt er sich. Es heißt nämlich dann, und es kamen im Matthäus-Evangelium zu ihm Blinde und Lahme im Tempel, als er das deutlich gemacht hat. Um was geht es? Der Eifer um dein Haus, um das Haus meines Vaters verzehrt mich. Ich bin bereit, mein Leben dafür zu geben, damit das geschieht im Haus Gottes, wozu es bestimmt ist. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, wo Anbetung gebracht wird, wo gebetet wird, wo gefläht wird, wo in Fürbitte getreten wird. Und dann zeigt sich Jesus. Er zeigt sich hier. Er ist mitten im Tempel und er offenbart sich. Irgendwie wird den Blinden und Lahmen in diesem Moment deutlich. Jetzt ist der Moment. Jetzt werden wir geheilt. Hier ist derjenige, um den es geht im Tempel, nämlich Jesus. Und sie treten zu ihm und es wird so lapidar gesagt und er heilte sie. Halleluja. Kein Problem. Wenn Jesus sich zeigt, ist alles möglich. Und das ist so einfach. Bin ich wieder bei diesem der Einfalt Christus gegenüber. Du musst da nicht erst lernen, wie man für Kranke betet. Du musst da nicht erst lernen, welche Taktik du brauchst, was du alles hinterfragen musst und was du noch alles brauchst. Wenn Jesus hier ist, wenn er sich zeigt, dann muss gar nichts getan werden. Dann musst du nur dich ausstrecken von deinem Herzen her. Und dann geschehen die Dinge so einfach. Wunder sind so einfach. Aber wir machen das so kompliziert. Warum? Weil ich als Mensch dann irgendwo als der Große dastehe. Mir hat mal ein Bibelschullehrer ganz am Anfang meines Glaubens und er war so ehrlich. Ich sage nicht den Namen. Ich schätze diesen Mann als Mann Gottes so sehr. Und er hat es so ehrlich uns allen gesagt und er hat gesagt, wisst ihr, ich sage das mal so ehrlich zu euch. Wir haben mal für einen Kranken gebetet oder für Kranke gebetet. Und dann wurden einige geheilt. Und dann habe ich mir überlegt, einer wurde von einer ganz gravierenden Krankheit geheilt. Habe ich für den gebetet? Mit dem Gedanken, oh Gott hat mich besonders gebraucht. So sind wir Menschen. Sind wir mal ehrlich. Und Gott will das nicht. Gott will das nicht. Und er hat dann gesagt, ich habe Buße getan. Als der Gedanke kam, der Heilige Geist hat mich direkt überführt. Und er hat gesagt, wenn du mir so dienst, kannst du mir nicht dienen. Habe ich die richtige Taktik? Ich habe wahrscheinlich den besseren Glauben, den stärkeren Glauben. Nein, das will Gott nicht. Er sagt, ich gebe meine Ehre niemanden, keinem. Gott teilt seine Ehre und sein Ruhm mit niemanden. Und wenn da nur ein kleiner Funke in deinem Herzen ist, das stört ihn. Jesus sieht das. Und es ist für ihn unerträglich. Ich habe vor einiger Zeit darüber gepredigt, Gott offenbart sich als der und sagt, ich bin der eifersüchtige Gott. Wir vergessen das oder uns ist das gar nicht bewusst. mein Haus soll ein Bethaus sein, Jesus im Zentrum stehen und in der Einfachheit, in der Einfalt von Kindern sollen wir zu ihm kommen. Und das sind auch Kinder. Das ist das vierte. Das sind auch Kinder im Tempel und zwar Unmündige und Säuglinge. Also nicht reife Kinder, Kleinkinder und Säuglinge. Und die schreien und preisen und loben das, was da geschieht und dem, der das tut, nämlich Jesus. Sie rufen und sagen Hosanna dem Sohn Davids. Wie können die erkennen, wer Jesus ist? Damit sagen sie, hier ist der Messias, hier ist der Christus und wir jubeln ihm zu. Und deshalb ärgern sich die Pharisäer so drüber und die Schriftgelehrten, dass sie ausrufen, das ist der Messias. Das bedeutet Sohn Davids. Hörst du, was die sagen, Jesus? Du willst uns hier sagen im Tempel, was verkehrt läuft. Aber hörst du, was die sagen? Ist dir bewusst, dass Kinder, Säuglinge und Unmündige nichts zu sagen haben im Tempel? Dass die still sein sollen? Hörst du, was die sagen? Und Jesus ist da nicht überrascht. Er sagt, ja, ich höre das, natürlich höre ich das. Habt ihr nie gelesen? Und hier zitiert er wieder. Habt ihr nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Das, was im Tempel, im Haus Gottes gebetet wird, was Gebet ist, soll bestimmt sein von nicht von uns. Ganz wichtiger Punkt. sondern vom Heiligen Geist. Das sieht so schön geistlich aus, wenn wir, wenn manchmal so gemeint, ja, wir beten, aber wir drehen uns nur im Kreis um uns selber. Auch beim Gebet. Gerade dann ist es wichtig, wo ist der Fokus unseres Gebetes, unserer Anbetung, das, was wir da, wie wir Gemeinschaft mit Gott leben. Aus dem Mund von Unmündigen hast du dir Lob bereitet, hast du dir Anbetung bereitet. Wirkliches Gebet oder geistgewirktes Gebet. Dann, wenn der Heilige Geist da wirklich drin ist, dann passiert etwas. Dann vergisst du deine eigenen Anliegen. Dann vergisst du dich selber. Das Haus des Gebetes, mein Leben, mein Körper, dein Körper, dein Leben, dein Geist, Seele und Leib. Wenn das ein Haus des Gebetes ist, dann soll das geschehen in diesem Haus, was der eine will, nämlich was Gott will, was Gott gebetet haben will. Hier ist nämlich genau diese Krux, dass wir nämlich dann wieder so ich bezogen letztendlich sind. Menschen können, wenn sie in großer Not sind, beten meistens sogar die Menschen, die immer sagen, mit Gott will ich nichts zu tun haben. Wenn sie gar nicht mehr anders können und letztendlich ist es ihr Ego. Aber das ist nicht das, was Gott interessiert. Sondern Jesus sagt, ich habe mein Leben hingegeben, damit ihr dem einen und wahren Gott, meinem Vater, dient. Im Gebet, in Fürbitte, in Pflehen, in Anbetung. Sie werden kommen, ich werde sie, sagt Jesaja, spricht die Worte des Herrn aus und sagt, ich werde sie holen, die Fremden aus der Ferne und sie werden kommen und sich erfreuen in dem Haus meines Gebets. Halleluja. Der Heilige Geist will bestimmen, was wir beten. Und deshalb, dieser Aussage, auf die Jesus hier hinweist, habt ihr niemals gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Zeuglinge habe ich mir Lob bereitet. Ich lese euch mal ein Zitat von einem bekannten Schweizer Theologen, dem Adolf Schlatter vor. Er sagt, mit Jesus endet alles Großsein des Menschen und sein Ruhm, nämlich das Menschenruhm wird hinaus gesperrt. Stattdessen beginnt Danksagung des Menschen für seine Gnade. Wenn Jesus in Erscheinung treten soll, sich zeigen soll, dann verschwindet alles Großsein. Das ist die Bedingung des Menschen. Er teilt seine Ehre mit niemandem. Jesus, ich stehe hier vorn und ich sing dir und ich preis dich und erhebe dich. Komm, stell dich doch zu mir. Macht er nicht. Er kommt, wenn ich mich ganz nach hinten stelle, ganz weg aus dem Fokus trete und dann tritt er auf die Bildfläche. Er teilt das nicht mit keinem Menschen. Indem der Herr sich aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge Lobpreis Gebet bereitet, der Herr bereitet sich das. Macht Gott die Größe des Menschen zunichte. Was kann schon ein Säugling? Ich weiß, dass unser ältester Sohn, der Ruben, hat es immer gesagt, als die Frieda ganz klein war und er so als junger Vater hat er immer gedacht, er kann irgendwas anfangen schon mit denen und dann hat er gesagt, die kann einfach noch nichts. Die brauchen nur Versorgung, aber die kann noch nichts und das will Gott, dass wir sagen, ich kann es nicht. Ich will nicht groß sein. Deshalb, das ist so absurd, die Richtung, dieses Verdrehen, diese Perversion, es ist eine Perversion letztendlich, komm in unsere Gemeinde und wir machen dich groß. Ich sage es mal so platt hin. Wir machen, dass du in deine Bestimmung kommst, in deine Talente kommst, damit du hineinwächst, damit du groß wirst, damit du siehst, was du alles werden kannst. Das ist doch Welt. Jesus sperrt groß sein aus. Und für mich, ich sage es euch ganz ehrlich, für mich ist das so befreiend, ich muss niemand sein. Halleluja. Ich darf Kind sein, Halleluja. Ich muss gar nichts können. Im Kleinsein werde ich beschenkt mit den Gnaden des ewigen Gottes, Halleluja. Dann, wenn ich klein bin, beschenkt er mich. Wenn ich groß sein will, zieht er sich zurück. Das ist ein geistliches Prinzip. Ich will lieber, deshalb sagt Paulus, ich will lieber schwach sein. Er erkennt das, ich will lieber schwach sein, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich eigentlich stark, weil dann kommt Gott hinein. Gott bereitet sich sein Lob aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge. Deshalb ihr Lobpreis, ich sage es manchmal zu meiner Frau, weißt du, ich freue mich, dass wir nicht die professionellen Musiker haben, weil damit sind wir nicht in Versuchung geführt. Übrigens, da greift genau das Gebet von Jesus, führe uns nicht in Versuchung. Er sagt, Vater, führe uns nicht in Versuchung. Das ist eine Gnade, eine Bewahrung, weil je professioneller wir sind, desto schwerer fällt es uns, das abzulegen und klein zu werden und zu sagen, nicht ich, sondern es ist dein Geist. Bereite du dir dein Lob, Herr, hier ist mein Leben, bereite du dir dein Gebet in meinem Leben. Das, was du gebetet haben willst, das will ich beten vor dir, Gott, für die ich in Fürbitte eintreten soll, für die will ich eintreten, nicht nach meiner Erkenntnis, nicht nach meinem Mitleid und Mitgefühl, sondern nach deinem Erbarmen, Gott, nicht nach meinem Erbarmen, nicht wo meine Augen Dinge sehen und ich deshalb seelisch mitgenommen bin, sondern da, wo dein Auge Geist Gottes Erbarmen hat, das ich gar nicht sehe, das ich gar nicht erkennen kann, da will ich eintreten. Was nützt mir da meine ganze Intelligenz und all meiner Ausbildung? Es nützt mir gar nichts. Das Kleinsein, die Kleinheit des Menschen beschenkt der Heilige Geist mit seinen Gaben. Und da ist dann am Ende nur einer, der groß ist, nämlich Jesus. Und das ist die Blattform, wo er sich zeigt. Und wenn er sich zeigt, dann kommen die Scharen, weil die Attraktion ist seine Gegenwart. Ist er selber, der das Licht ist, der allein die Finsternis erhellen kann, dann geschieht Erweckung. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, so oft zitiert diese Aussage, aber so wenig praktiziert in unserem Land besonders und in der westlichen Welt, wenn mein Volk, über den mein Name ausgerufen hat, ist, sich demütigt, Gebet bedeutet demütig, klein zu werden und zu sagen, ich kann es nicht. Und du brauchst nicht ein tolles Gebet formulieren können, da gilt es ein Herz zu haben, wie Jesus es hat, nämlich mit Eifer und Leidenschaft für das einzustehen, was Gott will. Halleluja. Betet ohne Unterlass, betet unablässig, betet unaufhörlich, es scheint uns fast unmöglich, ich kann nicht 24 Stunden beten, 24 7 kann ich nicht beten, irgendwann muss ich schlafen. Wisst ihr, ich habe mal ein Zeugnis gehört, hat der Mann nicht von sich selber gesagt, hat ein anderer gesagt, der das mitbekommen hat, weil er da im Zimmer geschlafen hat, ich muss aus dem Zimmer ausziehen, weil dieser Mann, der hat im Schlaf immer gebetet, der hat die ganze Nacht in Zungen gebetet und hat dabei geschlafen, Halleluja, das ist der Heilige Geist, ich wünsche mir das, ich wünsche mir das, du dir auch? Warum gibt uns der Geist Gottes diese Sprache? Warum? damit wir leichter beten können beziehungsweise damit er durch uns beten kann, was er will und wir nicht mehr im Zentrum stehen. Warum fällt uns das so schwer, wenn wir so verkopft sind? Ich kann mich erinnern, anfangs, als ich diese Zungensprache hatte und gebetet habe und dann kam mir mein Kopf stand mir so im Weg und der Teufel hat das getriggert und hat gesagt, was redest du eigentlich, du weißt gar nicht, was du betest, was soll der ganze Unsinn? Und ich habe dann mal gehört von jemand, der hat gesagt, weißt du, bei mir hat es der Teufel auch so gemacht und dann habe ich gesagt, jedes Mal, wenn du sagst, wenn der Gedanke mir kommt, bete ich gerade noch mal eine Viertelstund länger in Zungen, um diese Anfechtung zu überwinden. Wir sind berufen und bestimmt, du und ich, jeder Gläubige, ist die höchste Berufung, ein Haus des Gebets soll dein Leben sein, Halleluja. Nicht wie groß du rauskommen kannst. Wer bin ich, was bin ich und was kann ich noch werden? Das ist nicht das Zentrale. Und was können wir Menschen bieten? Die Antwort Gottes für jeden Menschen ist Jesus. Und die Antwort für diese Welt, die die Gemeinde hat, ist Jesus. Nichts anderes. Es ist einfach nur Jesus. Du hast dir Lob bereitet, du hast dir Gebet bereitet, du hast dir Flehen bereitet und Fürbitte bereitet. in dem klein sein. Die Frage ist, wollen wir wirklich Haus Gottes sein? Willst du ein Haus Gottes sein? Das Haus Gottes, wo Jesus im Zentrum steht? Da gibt's, da bleibt von dir nichts übrig. Da ist nur Jesus. Das Schöne ist, Gott sagt, und ich werde euch erfreuen in meinem Bethaus, wenn du so lebst. Das ist ein Nebeneffekt, ein Nebenprodukt, dass Gott dich mit Freude erfüllt. Das, wonach sich Menschen sehnen, der Mensch, dass er im Zentrum steht, dass er glücklich ist, diese Glückseligkeit und diese Freude, eine Freude, die ganz unabhängig ist von Umständen und eine Glückseligkeit, die es nur bei Gott gibt, die schenkt Gott da, wo gebetet wird, da, wo angebetet wird. Aber das steht niemals im Zentrum, sondern im Zentrum steht der eine, unser Schöpfer, der uns so sehr liebt, dass er Gemeinschaft mit uns haben will, der uns so sehr liebt, dass er alles aus dem Weg geräumt hat, was die Beziehung hindert, was die Beziehung verhindert und der bereit war, sein Leben hinzugeben, der sein Leben verzehren hat lassen und damit das eine geschieht, Jesus ist ist nicht gleich, was in seiner Gemeinde passiert und er ist so voller Eifer und Leidenschaft, Jesus will sich zeigen, er will sich zeigen, damit die vielen errettet werden und oftmals sind wir diejenigen, die das verhindern, weil wir uns in den Weg stellen mit vielleicht ganz guten religiösen Absichten in Hebräer 3 Vers 6 da steht Christus dagegen ist treu als Sohn vorher wird beschrieben dass Mose treu war ein Zitat aus dem Alten Testament in dem ganzen Haus Gottes und hier heißt Christus dagegen ist treu als Sohn über sein eigenes Haus nämlich die Gemeinde und sein Haus sind wir und er ist treu er zeigt sich er handelt er wirkt er wird uns nie verlassen nie versäumen seine Liebe ist unbeschreiblich unbegreiflich völlig bedingungslos er will sich zeigen er will sein Heil offenbaren er will sein Heil fließen lassen dass Menschen errettet werden dass Menschen auch körperlich geheilt werden wiederhergestellt werden Ehen wiederhergestellt werden Familien wiederhergestellt werden Versöhnung geschieht das kann nur einer und das ist er ich habe neulich eine Predigt gehört von einem bekannten Pastor und hat genau das erzählt und ich kenne ihn schon lange und er ist wirklich ein erfahrener geistlicher Mann und er hat gesagt hat von einem Zeugnis erzählt von einem seiner Kinder und er hat gesagt ich bin total ich habe alles was ich machen konnte es ist alles fehlgeschlagen bis bis endlich das Gebet von Gott erhört worden ist und unser Sohn Begegnung mit Jesus hatte dann war plötzlich wie rumgedreht alles anders was nie gefruchtet hat es war plötzlich alles anders keine Seelsorge er hat gesagt er hat so viel Seelsorge er hat alles gemacht er hat alles nichts genützt mit den besten Leuten hat alles nichts genützt aber wenn Begegnung mit Jesus geschieht und das bedeutet er zeigt sich und wir können einen Ort bereiten du in deinem Leben wir als Gemeinde wo sich Jesus wohlfühlt und das wollen wir tun ich bin so dankbar und ich sage das immer wieder und werde nicht aufhören das zu sagen wie viel der Herr hier schon getan hat an Gebet an Hinwendung zu Gott hin und wir haben das jetzt schon so oft erlebt dass Gott sich erbitten lässt wenn wir da dran bleiben und es ist so wichtig dass wir diese Kultur von Gebet und Fasten dass wir die noch mehr intensivieren da ist noch so viel Luft nach oben und wir haben das gesehen in der Vergangenheit wir haben es immer wieder gesehen auch wenn massive Anfechtungen sind dass der Sieg bei Jesus ist wenn wir nur dran bleiben wenn wir nur uns auf den einen ausrichten auf Jesus und er möchte dass wir es noch mehr tun weil er Erweckung schenken will weil er eine große Errettung schenken will und er ist hier heute morgen und ruft dich ob du ihm dich noch mehr hingeben willst oder vielleicht du der du noch so ein bisschen am Rand stehst was das angeht möchtest du in der Weise wie Jesus sich das vorstellt sein Haus sein in dem der Eifer Jesu ist das in deinem Herzen dieser Eifer von Jesus ist dieses Brennen diese Leidenschaft ich möchte Gott ehren ich möchte ein das ist das erste in meinem Leben dieser Eifer ich möchte Gott ehren ich will beten ich will mich ihm zur Verfügung stellen ich will nicht das tun was ich will sondern ich will dass das geschieht was er will mein Leben soll ein Leben des Gebets sein das ist unsere aller Berufung höchste Berufung die wir haben jeder Mensch jeder Christ du kannst hier heute morgen eine Entscheidung treffen alles fängt mit einer Entscheidung an und geht weiter mit wieder wenn wir Entscheidungen wieder treffen und fest machen manchmal treffen wir Entscheidungen und wir mit der Zeit gehen wir wieder davon weg aber es ist wichtig dass wir an den Punkt zurückkehren und sagen das will ich tun nicht in meiner Kraft nicht in deiner Kraft sondern mit dieser Bitte Heiliger Geist hilf mir hier ist mein Leben ich gebe es dir ihm Vielen Dank.